Das ist doch natürlich nice. Ja, sorry, weniger Qualität. Ich habe jetzt noch erstmal... Und das war irgendwie richtig kompensiert. Ich habe jetzt erstmal auf 580p eingestellt, ja. Oh, das sieht so richtig anders aus, wenn man auf dem... Achso, wenn man auf dem Fernseher guckt. Also, ja, sorry für die Qualität. Aber das ist ja der erste Fortnite-Steam, ja. Also, wie gesagt, ich bin schlecht. Ich habe jetzt 5 Spiele gespielt. Und nicht wundern. Okay, ich muss auf dem Fernseher gucken jetzt. Das ist richtig kompensiert, ich bin mal ein bisschen mehr am Fernseher dran. So, ja. Okay, so ist gut. Oh, das ist komisch, so, Mann. Ich muss echt mal an der Playlist-Steam streamen. Aber das wollte ich erstmal... Äh, Simon, das Fett nicht anschließt, da. Huch! Oh, scheiße. So. Oh Gott, da landstern welche bei mir. Äh. Ich weiß, nur Waffen sammeln und töten. Ha! Ja, und Holz. Äh. Oh, ich habe mich jetzt auf Solo eingestellt, mal. Denn ich habe gar Bock, um ein Team zu sein. Das ist so. Ja. Lärkt das bei mir in Fortnite? Oder bei euch auch? Ich würde mal echt, Simon, was sich die Pläne anstellen. Also, wie gesagt, der erste Stream davon. Den nächsten Stream wären besser. Ja. Ähm. Wir sind... Ach, du heilige Scheiße. Äh. Ist der nicht in mir? Kann man sich umdrehen? Nee, da geht's nicht. Scheiße. Ach, du Scheiße, hoch! Ich kann mal mal... Da, ach, so. Ha! Oh, komm, bei meiner ersten Killbatter. Ach, scheiße. Ha! Wo ist der? Ha! Der da sieht man. Komm, bitte. Ach, scheiße. Ich muss mir... Boah, ich muss echt mit mir mit... Mit... Ach, schade. Ha! Das war echt kompliziert, man. Ach, jetzt los. Ähm, ein bisschen komisches Video, aber... In den nächsten Wochen, wenn... Auf diesen Kanal bessere Videos kommen. Ja. Ha! Also, auf Colori. Ich kann mal gleich nochmal den Link im... Äh... Link im Chat posten. Da gehe ich jetzt schon aus, oder? Äh... Da gehen ja immer so viele bei der Stadt hin. Da hab ich kein Bock drauf. Das sind auch rund 99 Menschen jetzt. Ha! Äh... Ach, ich geh einfach jetzt mal scheiß drauf. Boah, wenn ihr das mal seht, die Qualität da. Äh, Colori hab ich schon abonniert. Oh! Das ist ja nice, vielen Dank! Ich hab den ja erst halt einen Tag. Ja, nice, vielen Dank! Das find ich gut. Das find ich sehr gut. Vielleicht kann ich mal bald hier Facecam machen, denn ich wollte mir ja so ne Facecam bei Amazon bestellen. Die wurde ja mal... Für einen Tag, ähm... 70 Euro runtergesetzt. Aber da hab ich vergessen, die zu kaufen. Ich wollte eigentlich nur abends bestellen, aber hab ich da vergessen. Jetzt konnten sie wieder irgendwie 90 Euro. Ja, hä, muss ich wieder ein bisschen warten, bis die ein bisschen billiger wird, weil 100 Euro für so ein neues Facecam? Ich war verliere noch ein bisschen, aber da haben wir ja bald Facecam stehen. Das wär mal nice! Bei so Fortnite. Aber das sieht ja komisch aus, wenn ich dann auf den Fernseher gucke, ne? Und nicht da. Ah, egal. Ich guck einfach mal, wie das so geht dann. Ich geh mal ein bisschen weiter zum Fernseher rüber. Ach, mein Headset, scheiße, Mann. Alter, wo sind denn die meisten Waffen? Ich glaub, irgendwo in so ein Gebäude oder Häuser, oder? Was ist das denn da? Bus, oder? Ha! Lol. Okay, gut. Hm. Was ist das denn jetzt? Munition. Ja, ich brauch erstmal ne Waffe. Oh, geil. Ist dir gut? Ha! Keine Ahnung. Ich muss erstmal auf der PS4 streamen. Oh Gott. Alter, boah, da wär' ich was im Loch reingefallen, Mann. Ich glaub, auf diesem Stream sind jetzt, also auf dem PC, sind irgendwie 20, ne, 25, ne, 30 FPS, oder? So, ich glaub, 30 FPS bei Fortnite und hier sind irgendwie 60. Alter, das ist so ein Unterschied, Mann. Oh. Boah. Die Devo Gegner, hallo? Ach, das ist, das ist der Sturm, oder? Ich hab noch keine Ahnung von, sorry. Der kommt irgendwie, ich bin da einmal irgendwie reingelaufen und bin nicht irgendwie, äh, 5 Minuten später gestorben. Irgendwie so, ich hab keine Ahnung mehr. Ja? Äh. Ich brauch irgendwie Häuser. Ah, da oben. Was ist das denn? Oh Gott. Das sieht ja gut aus. Oh Gott, leckt das? Ich glaub, das, das leckt im Steam, oder? Ne, jetzt geht's wieder, glaub ich, ein bisschen. Oh, nervt das, Alter. Was ist das denn? What the fuck? Huch. Oh, das leckt, glaub ich. Das leckt. Ja, schreibt mal, ob das bei euch auch leckt, oder nur bei mir am Handy hier. Oder das, ach, seh, das ist doch irgendwie Fortnite etwas leckt hier am PC. Ja, dafür, entschuldige mich nochmal. Das ist einfach nur scheiße. Deswegen will ich ja auch, kann man irgendwie wegschießen? Lol. Äh, deswegen will ich ja auch an der PS4 streamen. Oder ich muss auch nochmal die Qualität ändern, auf 27p. Mann, dann ist es, glaub ich, noch mehr. Keine Ahnung. Kann man irgendwo hochkommen? Weil ich hab auch kein Holz hier, scheiße. Alter, ist das ein Gefängnis? Ja, oder? Oh, wir kommen da rein. Was ist das, Munition, oder? Bei mir lägt's ein bisschen, ja. Was? Oh Gott, mein, äh, Dings hat gar gebrummt. Ja, das ist scheiße mit dem PC hier. Ach, Alter, das ist, äh. Dieses scheiß Headshot anschließen an der PS4, dann wäre alles besser, wenn das nicht so ein Problem wäre, ey. Alter. Ja, in den nächsten Streamen stell ich jetzt mal auf, äh, 27p ein. Och. Wo, wo bin ich jetzt gekommen? Bin ich hier? Ach, da ist irgendwas. Och, und. Ah, das ist, glaub ich, jetzt zum Heilen, oder? Ist das jetzt zum Heilen, oder? Ich will das jetzt wohl nicht aufbrauchen. Ich glaub, das ist jetzt zum Heilen. Oh, da kann man auch, bei Fortnite auf dem PC, also bei der Playstation, auf 60 FPS machen. Kann man ja jetzt mal kurz, ähm, ähm, wenn einer die Playstation hat, kann man das auch irgendwie, wenn man Fortnite, also von der Playstation auf dem PC was kriegt, kann man dann irgendwie auch bessere Qualität haben. Das wär mal nice, ey. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin wieder hier jetzt. Komm ich irgendwie wieder raus, mal irgendwo? Vielleicht noch ein bisschen bessere Wappen. Oh, was ist das? Auch wieder Munition, ja. Hä? Na ja, geht so. Was ist das? Auge, das stimmt so klein, nach zwei Minuten. Ha! Äh. Wo soll ich jetzt hin? Ach, da. Da ist ein Weg. Äh. Vielleicht kommt man auch bald bei Colori einsteben, weil ich wollte ja eigentlich auf diesem Kanal nur Minecraft machen. Ja, aber, also ich bin ja, äh, in der achten Klasse, also, äh, also ich gehe nach einer Schule, ha, so gesagt. Und da haben auch welche gesagt, dass ich mal, ähm, außer Minecraft, also die mögen Minecraft, nicht so gesagt, dass ich mal was anderes machen soll. Ja, und deswegen hab ich mir gedacht, mal geht's einfach mal in zwei Krise an, wo ich Vlogs und andere Spiele aufnehme. Deswegen mache ich morgen vielleicht einen Stream auf Colori, wo ich Fortnite und FIFA oder GTA schiebe. Wenn er mal an Eis, oder? Wird, glaub ich, zwei, drei Stunden gehen. Warte, morgens? Ne, morgens geht gar nicht. Scheiß, am Freitag, oder? Am Freitag, ja. Oder am Samstag, da mache ich ein Wochenende-Stream. Da geht der ein bisschen länger, oder? Ja, okay, dann mache ich am Samstag einen Stream auf Colori. Um, ähm, sagen wir mal 14 Uhr. Ja, oder vielleicht, ja, so 14 Uhr, aber ich kühne es nochmal an. Ja, und stimmt, ich wollte ja mal so ein Video machen, ähm, wir können gerne einfach am Instagram folgen. Da heißt nicht Pascal.9, äh, 7,5, glaube ich. Da mache ich mal, das ist ja irgendwie ein Hype, irgendwie so. Äh, Instagram bestimmt vier, fünf Stunden mein Leben, oder so. Ja, das wollte ich auch mal aufnehmen. Aber dafür müssen wir auch welche abstimmen. Ha, ich habe jetzt auf Instagram 300, sieben, 370 Abonnenten. Und das wäre geil, wenn mal alle abstimmen, okay, alle, wenn ich vielleicht die Hälfte abstimmen würden. Ähm, und dann kann ich jetzt mal nach, wie, was, wie lange dauert dieses, also, also, wie lange geht das streamen? Boah, wie lange geht das streamen? Vielleicht nur bis halb sechs, oder so. Hm, hey, mit Build. Herzlichen Glückwunsch, das ist echt super. Ja, vielen Dank, ich habe das jetzt, ähm, meine Playstation mit dem, äh, PC verbunden. Ja, ein bisschen lag ist noch, aber, ähm, ich habe, äh, bald, ähm, bessere Qualität auf dem PC, weil ich habe das nur auf 580 Pixel. Und dann werde ich ein bisschen höher in diesem Stream einstellen. Also, im nächsten Stream wird, glaube ich, alle besser klappen. Hoffe ich mal. Ja, also bis halb sechs das streamen, sage ich mal so und so. Und das vielleicht ein bisschen länger noch. Äh, ich brauche noch ein bisschen nach Erwassen, glaube ich, oder? Oh Gott, da kommt der Sturm schon. Ha, scheiße. Äh, okay, da ist so eine Hütte da, das ist gut. Oh, ey, ich gucke immer im Sheld, da kann ich, da laute ich mir irgendwo vor. Äh, was, ne, Rüstung gibt's hier, glaube ich, nicht, oder? Ne, ich war bei... Ach du scheiße, ach du scheiße. Ich denke, der kommt von da. Das war ja auch viel im Jahr. Scheiße, Mann, scheiße, Mann. Ey, okay, das will ich überleben, das will ich überleben. Nein, renn doch! Scheiße. Ja. Noch 27, ich will schon, es wird schon blau. Ne. Boah, kann man nicht schneller rennen? Oh, nein, 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 renn, 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 renn. Scheiße, Mann. Ich denke, der kommt von der anderen Seite, von hinten da. Aber das war der Himmel, glaube ich, nur, oder? Hä, bin ich jetzt in einem Sturm drin? Ne, oder? Ne, noch nichts, dann wird ja alles hier rum. Ah, ne, der kommt näher. Der ist, glaube ich, ganz nah bei mir drin. Der ist ganz nah bei mir. Oh. Warte, ich konnte ja mal vielleicht hier Fortnite aufnehmen. Ja, da brauche ich aber nur... Oh, nein! Da muss ich nur alle Sachen rausmachen, da mein Overlay und alles. Ja, soll ich mal machen? Ich kann mal gleich im Steam aufnehmen. Für, ähm, Colori vielleicht, ja. Mach ich mal, für Colori. Also, alle mal. Wenn du nicht meinen zwei Kanal abonniert, dann mal alle abonnieren, weil da kommen Vlogs und andere Spiele. Ja. Äh. Bin ich jetzt im Sturm drin? Ich, ich will mich jetzt nicht umdrehen, weil sonst bin ich da drin vielleicht. Hä? Bin ich da jetzt drin im Sturm? Leute, äh, vielleicht habt ihr Ahnung vom Fortnite. Bin ich jetzt da drin schon? Ne, oder? Denn ich war da schon mal im Sturm drin. Und da war alles voll windig, aber hier ist nix. Sieht gut aus. Werden in Zukunft nochmal vorbeischauen. Ja, ähm, vielen Dank und, äh, äh, bis, äh, zum nächsten Steam oder so. So. Hä, bin ich da jetzt drin? Ich, ich verstehe das Video noch nicht. Ah. Ne, ich, ich glaube, da kommt jetzt. WTF? WTF? Mann, wo... Und meine Freunde, äh, meine Freunde, genau, meine Freunde kann ich jetzt auch nicht schicken, weil... ja, die, äh, äh, was? Oh. Oh. Äh, die, abgeschloss. Die Disliken in den Streamen und melden mich. Das, äh, das mache ich nicht nochmal. Ja, die sind irgendwie so drauf. Weiß auch nicht wieso. WTF, Mann? Was ist das denn für eine Map? LOL. Ha. Also, ich kann mal gehen. Ja, okay, das kommt nicht vom Stream. Das kommt von, äh, Fortnite aus dem PC. Ähm, also, äh, Fortnite vielleicht dann streamen. FIFA oder Minecraft. Ich glaube, mehr habe ich nicht, oder? Ich kann da mal gleich nochmal gucken. Ja. Oh, mein Stream ist gerade an dieser Seite wieder. Okay. Hey, das... Ist das überall so blau jetzt hier? Oh, das... Oh, scheiße, Mann. Ich gehe mal weiter hinten jetzt, ist mir egal. Oh, scheiße. Oh, okay. Ankommen. Äh, Leute, äh, wie kann man eigentlich hier ein System machen? Skin kaufen? Weil ich hole mal irgendwie einen anderen Skin außer, die Frau hier. Ja, ich bin mal mit so einem Besseren. Wie kann man so ein Skin kaufen? Dann wäre mal ganz interessant. Oh, eine Tankstelle. Ich glaube, da ist Monition und Waffe oder irgendwie so weiter mal. Oder nur Monition und irgendwie weiter da drin. Oh, das ist sogar mit Licht, ey. Oh, Premium. Hallo? Achso. Wow. Ha. Ist ja gar nichts drin. Okay, muss ich wieder was suchen. Geil. Ich dachte, ich habe jetzt eine... Was? Achso. Ach, ich mache Holz. Stimmt. Für, ähm, irgendwas bauen oder so mal. Ich habe mich jetzt erst mal ohne Tod eingestellt, weil sonst kann man vielleicht nicht hören, weil das zu so laut ist. Aber ich weiß nicht. Wie kann man denn das noch mal wechseln? Hier, äh... Kann man da jetzt hochgehen? Ha! What the fuck, ey? Äh... Ich wollte da auf den Berg da hochgehen. Aber da, ich glaube, da ist nichts. Okay, ha! Ich habe da nicht für den Holzmeer. Scheiße. Aber wenn das auf dem PC nicht so lenken würde, dann würde ich da lieber drauf gucken, aber... Ach, lieber nicht. Wobei mir den Augenkrebs. Ha! Das ist wirklich so, ey. Ähm... So. Ah, das ist Nöte, glaube ich. Oder das ist Nöte? Oh! Das sind Häuser. Okay, mal gucken. Ach, sogar ein Fußballtor. Oh, geil, Mann. Ach, ich habe das Video von, äh... Rewi gesehen, wo da hier irgendwie so... Oder von Ape Quiet, keine Ahnung mehr. Wo die hier auch so, äh, einen Stallung gebaut haben oder so. Ja? Ich sehe eben, hier sind... Sind das Tribünen? Ja, sind Banker, what the fuck? Sind die Scheiße? Haha! Richtig billiger. Weil ich kann mal gleich auch auf Instagram ankündigen, dass ich live bin. Vielleicht kommen da ein bisschen mehr. Ähm... Hä? Was? Wie ich habe mich selbst in mir... Hä? Was? Bin ich denn... Wo bin ich denn reingelassen? Ja, ich bin... 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 Vielen Dank.